Würden Sie BankingCheck und den Award weiterempfehlen? Ja, selbstverständlich. Wir haben zum ersten Mal jetzt am Award teilgenommen, sind gleich ausgezeichnet worden als Festgeldmarktplatz. Das hilft uns natürlich als junges Unternehmen sehr stark und deswegen würden wir es natürlich auch weiterempfehlen. Planen Sie denn auch das Kundenfeedback entsprechend in Ihrer Bank umzusetzen, beziehungsweise Ihre angebotenen Produkte auch dahingehend zu verbessern? Unbedingt, sonst würden wir ja nicht am Award teilnehmen, sonst würden wir auch nicht am BankingCheck-Bewertung teilnehmen. Wir freuen uns über jede positive Bewertung und genauso freuen wir uns natürlich auch über jede Anregung, uns zu verbessern. Als noch junges Unternehmen können wir von unseren Kunden lernen, freuen uns über das Vertrauen, was wir entgegengebracht bekommen und natürlich auch über die Anregungen, die wir aufnehmen werden. Das klingt doch wirklich vielversprechend. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar, welchen Nutzen haben Sie aus den bisherigen Bewertungen gezogen und hat sich der Einsatz des Testsiegels auf Ihrer Seite auch bewährt? Da haben Sie die Frage schon fast selbst beantwortet. Natürlich setzen wir das Testsiegel auch ein, um als, wie gesagt, noch junges Unternehmen auch den Kunden zu signalisieren, dass wir versuchen, die Wünsche und die Bedürfnisse zu erfüllen und den Nutzen, den wir ganz konkret rausziehen, es aus dem Feedback auch zu lernen und uns jeden Tag zu verbessern, damit die Kunden uns in einem Jahr noch genauso glücklich entgegenstehen und uns auch wieder bewerten.